Ich sah, wie sich andere dagegen wehrten. Agoraphobie, Nükthophobie, Hydrophobie, Agrophobie. Jeder fürchtet sich vor etwas. Über 20 Jahre gab es keinen Grund zu zweifeln, dass sie heilen kann. Wie eine Zauberkugel. Alles verblasst, wenn man da drin ist. Man muss vor nichts mehr Angst haben. Nein, nein! Die Andala. Der Teil des Gehirns, der uns Angst spüren lässt. Ich denke, etwas kommt hindurch in unsere Welt. Dann baut dieser Typ diesen Kasten und will Gott spielen und in den Köpfen rumstochern. Scheiße, nein, auf keinen Fall. Verdammt ist das große Licht an Flucht. Ich sehe die Monster auch. Jetzt schließ die Augen und konzentriere dich auf den Klang meiner Stimme. Ich sehe dieses Ch ребCrazy.